Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Droide Leveln. Wer die letzte Folge gesehen hat, hat miterleben dürfen, wie schlechte Dropchancen sein können. Die gesamte Folge hat sich darum gedreht, dass wir einen Schamanen, der Knarzt-Clown, bekämpfen, oder mehrere natürlich, bekämpfen mussten, um diesen Voodoo-Glücksbringer von den Schamanen zu bekommen. Und wir haben ihn bisher immer noch nicht bekommen. Also da ist noch nichts erfolgt. Die Druiden hier scheint das gleiche Problem zu haben, weil sie ist auch noch da. Der Jäger, der mal hier mit rumgelaufen ist, den habe ich nicht mehr gesehen. Aber die Druiden hat auch das gleiche Problem. So, stirbt er jetzt bitte? Ja, hier oben in der Ecke, ich könnte wetten, den kann ich nicht looten. Okay. So. Der Augur dann wegläuft, kann man mal probieren, ob wir den looten können. Da hinten ist auch noch ein Schamane. Ne, war ja klar. Hier oben kann man den wieder nicht looten. Nicht ganz hin. Okay. So. Dann holen wir uns mal den Schamanen. Der Augur ist gerade patrouilliert und ziemlich weit weg. Schamane heilt sich wieder hoch. Ja. Hoffentlich schaffen wir es in dieser Folge. Das heißt, ihr könntet auch die letzte Folge übersprungen haben. Hättet nichts verpasst, außer dass wir ein paar Erfahrungspunkte gesammelt haben. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt in dieser Folge zumindest diesen Voodoo Glücksbringer bringen. Ich war kurz, wirklich kurz davor, die Quest hier abzubrechen, weil das hatte schon das Gefühl, dass hier irgendwas verpackt ist. Weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass die im Startgebiet so eine miserable Quest-Drop-Chance haben. Aber so war es wohl. Hier liegt noch was rum. Das können wir sogar noch looten. Achso, Taschen sind voll. Ja, mal sehen. Müsste eigentlich bald, bald mal kommen, dass wir hier auch aus dieser Höhle endlich rauskommen und mal wieder etwas Tageslicht sehen. Auch wenn wir Nachtelfen heißen. So, jetzt tauchen erst mal wieder nur Verteidiger auf. Hier ist wieder ein Schamane, okay. Unsere Haltbarkeit auf 67% runtergetroppt ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir einmal gestorben sind in der vorletzten Folge. Ach komm, zweimal hintereinander parieren. Und dann hat er nicht mal diesen Glücksbringer bei sich. Okay, nächster Schamane. Irgendwann muss das Teil doch mal trocken. Da bin ich schon fast verrückt geworden. Ja, ansonsten können wir nämlich fast alle Quests abgeben, bis auf die gefüllte Viole. Aber die ist außerhalb dieser Höhle. Wieder nur Leinstoff. Okay. Ich glaube, hier hatte ich dann für mich beschlossen, ich kille jetzt noch drei oder waren es fünf Schamanen. Und wenn es dann nicht droppt, dann breche ich die Quest hier ab. So, hier sind wieder nur Verteidiger. Müssen wir uns erstmal wieder durch die Verteidiger durchkämpfen, bevor wir hoffentlich auf einen nächsten Schamanen treffen. Eine Rolle der Willenskraft, die könnten wir ja eigentlich anwenden, um ein bisschen mehr Mana zurückzubekommen. So, da ist mal wieder ein Schamane. Wieder nix. So, was ist hier respawnt? Ein Verteidiger. Noch ein Verteidiger. Lass mal kurz Mana wiederherstellen. Dann haben wir auch wieder einen Taschenplatz mehr. So, dann geht's weiter. Ich glaube, da um die Ecke dürfte wieder ein Schamane stehen. Mal gucken. Ne, ist auch ein Verteidiger. Okay. Dann wieder in die andere Richtung und nachschauen, ob Schamanen gerespawned sind. Da oben steht wieder einer. Hier steht auch noch einer. Fast übersehen. Mal in der dunkelbraunen Höhle ein Vorbeug mit braunem Fell. Da hat es wieder geschafft, sich kurz vorher zu heilen. Ne, Rolle der Willenskraft. Das ist nicht der Anhänger. So, hier war doch gerade noch ein Schamane. Und da hin. Oh. Einfach verschwunden. Dann jemand gepult. Ah, da, okay. Okay. So. Ja, da ist einer weggerannt quasi. Wir müssen jetzt warten, bis der wieder auf seinen Ursprungsplatz ist, weil der hier die ganze Zeit jetzt auf Entkommen wäre. So, jetzt können wir ihn wieder angreifen. Den besiegen wir sogar ohne, dass er sich heilt. Oh, und der hat den Glücksbringer. Ich fall vom Glauben ab. Das gibt's ja gar nicht. Oh, wir haben die Quest geschafft. So, jetzt müssen wir uns wieder durchkämpfen zum Questgeber. Das heißt, den Augur hier auf der Brücke. Und dann sind noch zwei natürlich beim Questgeber gespawnt. Das heißt, die müssen wir jetzt alle noch besiegen. Und dann können wir diese Quest abgeben. Das war jetzt bestimmt 40 Minuten, könnte ich schätzen, die ich ja gebraucht habe, um dieses Quest-Item zu looten. Wer mitgezählt hat, bitte in die Kommentare reinschreiben, wie viele Schamanen ich seit Questbeginn getötet habe, um diesen Glücksbringer zu bekommen. So. Noch ein bisschen aufs Mana gewartet. Und jetzt sollten wir die beiden besiegen können. Einmal weiterstanden, ist natürlich nicht so pralle. So, wir warten jetzt, bis wir uns hochheilen können. Den einen besiegen wir jetzt noch schnell, dann heilen wir uns hoch. So, und jetzt können wir den zweiten in Ruhe besiegen. Durch den Fluch machen wir natürlich im Nahkampf jetzt gar nicht mehr, oder kaum mehr Schaden. Und so, mal der Wildnis heilt noch drei Minuten, das werden wir dann auch mal nachbaffen. Nachbaffen. So. Ja, Inventor ist voll. Das ist gut. So, jetzt gehen wir erstmal die Quest ab. Voll heilen können wir uns danach dann gleich noch. Und er gibt uns eine weitere Quest. Und zwar müssen wir jetzt, äh, seinen seelenlosen Körper töten und ihm dann diesen Glücksbringer wiedergeben. Okay. Das heißt, das wird der Mob sein, den wir schon mal, äh, ausnahmsweise getötet hatten. Und wir bekämen unser erstes grüne Item. Das erste, erstes grüne Item. Ähm, ähm, was eben eine Statusverbesserung auf sich vereint. Dann hat sich doch die Mühe gelohnt. Also, ihn müssen wir jetzt nicht besiegen. Also, er wird nicht, äh, feindlich gesinnt, sondern das wird dann der Mob, äh, rechts von uns in diesem kleinen Plateau sein. Das heißt, da müssen wir uns noch ein bisschen durchkämpfen. Vorteil ist natürlich, unser Ruhestein ist, äh, wieder ready. Das heißt, sobald wir die Quest erfüllt haben und müssen keine weitere, äh, in der Höhle erfüllen, werden wir uns instant rauspuppen. Definitiv. Das Inventor ist ja eh schon die ganze Zeit überfüllt. So, mal gucken. Ist in dem Gang schon wieder was respawnt? Bisher, äh, doch, da ist ein Schamane. Was da jetzt ist, ist egal. Wir haben ja die Quest erfüllt. Jetzt brauchen wir auch diese Schamanen nicht mehr. So. Dann haben wir hier noch einen Verteidiger. Ah, und da läuft schon der Zornklinge rum. Äh, Zornklaue heißt der. Jetzt kommt von hinten noch der Respawn. Alles klar. Schon mal vorbereiten zum Heilen. Der sollte vom Dot sterben. Hoffe ich mal jetzt. Fall um. Ja, genau. So, jetzt besiegt man den Verteidiger noch. Dann warten wir bis das Mana voll ist und dann können wir diesen einen Wob noch killen. Ja, der Crit kommt natürlich genau dann, wenn er gar keiner mehr benötigt ist. So, wo ist der? Müsste jetzt hier eigentlich gleich rumkommen. Da läuft er entlang. Okay, wenn er dann wieder von der rechten Seite kommt, haben wir volles Leben und volles Mana. Das heißt, dann können wir ihn auch angreifen. 307 Rüstung. Sollte ausreichen. So, da kommt er wieder angelaufen. Wir warten noch so, dass wir nicht zusätzlich noch einen der Verteidiger da hüben noch hätten. Das heißt, ein bisschen warten bis er umgelaufen ist. So, da kommt er. Ja, wir haben ihn mit vollem Mana angegriffen. Also schon halbtot, wenn er bei uns ankommt. So. Dann haben wir mal das Bärchen um. Okay, und jetzt müssen wir an ihm diesen Voodoo Glücksbringer anwenden, um seine Seele quasi zu befreien. Seinen Geist zu befreien. Okay. Gut. Ja, jetzt heißt es zurück zum Questgeber. Das heißt, noch ein paar von den Knarzklauen killen. Und dann können wir hoffentlich hier raus. Oh, ein Holzfäller-Beil. Äh, Äxte kann ein Droide leider nicht tragen. Das wir immer dann gritten, wenn der Mob vielleicht nur noch so zwei oder drei Leben hat und er eh sterben würde mit dem nächsten Angriff. So, der Respawn ist real. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal durchkämpfen. Das Gute bei den Auguren ist, dass sie eben nicht flüchten. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir hier unnötig Mobs noch dazu hätten. Und zwar uns dann doch noch den Debuff draufgegeben. So, dann hoffen wir mal, dass hier jetzt keiner respawned werden, wir die Quest abgeben von den Zweien. Und, äh, wir nehmen einfach, ja toll, noch was wegschmeißen. Nehmen einfach die Klinge, weil, äh, die Robe gibt uns weniger Rüstung. Normal hätte ich die Robe nehmen sollen, weil es gibt halt einen Ausdauer dazu. Aber die Klinge gibt dann mehr, mehr Währung, wenn wir sie verkaufen. Okay. Keine Folgequest. Ruhestein und nichts wie aus hier. Ja, wir haben es geschafft. Gut, dann können wir die ganzen Items mal beim Questgeber abgeben. Vorher noch unser Inventar etwas leeren. Ja, die Klinge wird auch einen Ausdauer geben. Aber, ähm, können wir leider nicht tragen. So, wir haben einiges zu verkaufen. Das leichte Leder können wir jetzt wahrscheinlich nicht im Auktionshaus los. Deswegen verkaufen wir das auch mit. Die Edelsteine schauen wir dann im Auktionshaus einfach mal nach. Ein bisschen sortieren. Den Beutel können wir für die Bank dann nehmen. Okay, dann geben wir doch die Quest, die Relikte des Erwachens, ab. Und wir bekommen einen grünen Stab, der wesentlich stärker ist als unser aktueller und uns eine Ausdauer gibt. Und, wenn wir den jetzt anlegen, haben wir dann auch mehr Leben. Und ihr seht, jetzt 24 Ausdauer, dann 25 Ausdauer. Und wir bekommen eine Folgequest, dass wir einen Ursaal töten. Und ihr seht auch, wir haben 10 mehr maximales Leben. Anstatt 197, jetzt 207. Okay, unser erstes grüne Item. Gut. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge uns mal nach Darnassos begeben. In die Hauptstadt der Nachtelfen. Und dann ein bisschen die Sachen auf die Bank legen, ins Auktionshaus stellen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir nach Darnassos aufbrechen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.